WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich liebe es, alle Menschen ausdrücken. Heute zeigen wir dieses Episode, weil es wirklich kräftig ist. Aber der Grund, warum wir hier sind, ist, dass 1864 der erste Krieg war, wo es von der Reden Cross gab. Es wäre anmaßend zu behaupten, man könnte nachvollziehen, was Menschen durchlebt haben, die wirklich am Krieg beteiligt waren. Als Schauspieler stehst du auf einem Feld in einer Kulisse, während um dich herum viele Teammitglieder stehen, die Sonnenhüter tragen und Schnittchen in der Hand halten, bis der Rechister Danke aussagt und man sich wieder frisch macht für den nächsten Tag. Mit dem DRK machen wir sehr gerne eine Veranstaltung aus dem Grund der 70 Jahre Genfer Konventionen, weil die Rotkreuz-Gesellschaften eine unglaublich wichtige Rolle spielen für die Verbreitung und Umsetzung des humanitären Völkerrechts. Allein, dass man dafür kämpft, dass es Regeln gibt im Krieg und dass man dafür kämpft, dass das umgesetzt wird, rettet Leben. Das machen wir seit mehr als 150 Jahren und das werden wir auch in den nächsten 150 Jahren machen, weil es wichtig ist, Menschen in Notlagen zu helfen. Das machen wir das micron Feld. Untertitelung des ZDF, 2020